Basiskurs Optionsstrategien. 63 Videos rund um den Optionshandel. Für 5 Euro, exklusiv und nur online verfügbar. Komm in mein Team und werde ein erfolgreicher Optionsstratege. Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien.tv. Mein Name ist Jens Rabe und heute geht es mal wieder um das Thema VXX. Und zwar geht es heute darum, wie könnt ihr denn den VXX handeln, ohne daran pleite zu gehen. Wenn man hört, VXX und pleite gehen, da fragen sich viele, wie kann denn das sein? Der VXX ist doch eine Gelddruckmaschine. Also viele sehen ja den Verkauf von Call-Optionen oder auch das direkte Shorten des VXX wirklich als Gelddruckmaschine an. Aber ich kann nur davor warnen, hier zu euphorisch zu sein, denn ich habe es selbst schon erlebt, wie etliche Händler, jetzt nicht etliche, aber schon einige, also eine Handvoll könnte ich da bestimmt benennen, die schon mit den VXX beziehungsweise mit Produkten auf dem VXX speziell jetzt Optionen, die wirklich Konten geschrottet haben. Und das in ganz, ganz kurzer Zeit. Und deswegen will ich euch einfach mal ein paar Ratschläge geben, wie ihr diesen VXX denn richtig handelt. Weil ich glaube, vielen ist einfach nicht bewusst, was es denn für Auswirkungen haben kann, wie sich der VXX bewegen kann. Wir werden das Ganze in zwei Teile aufsplitten. Heute im ersten Teil will ich euch nochmal ganz kurz ein paar Dinge über den VXX erzählen. Auch für alle diejenigen, die neu hier sind, alle, die jetzt schon länger dabei sind und schon VXX gehandelt haben, bin mir sicher, auch ihr findet noch das ein oder andere Interessante heraus. Also was ist dieser VXX? Der VXX ist ein sogenannter ETN, ein Exchange Traded Note, also kein ETF, sondern ein Exchange Traded Note, quasi eine Schuldverschreibung, wurde von E-Pass herausgegeben. E-Pass ist eine Abteilung, eine Sektion von Barclays, also einer großen Investmentbank. Und zwar im Jahre 2009 haben die das sehr, sehr clever gemacht. Nach der Finanzkrise war natürlich die Nachfrage nach Absicherung gegen ansteigende Volatilität extrem groß. Also haben die dieses Produkt lanciert, hat mittlerweile über oder fast eine Milliarde Dollar unter Verwaltung, ist jetzt erst mal, hat eine zehnjährige Laufzeit, weil es ja eine Note ist, also eine Schuldverschreibung, hat eine zehnjährige Laufzeit und bis 2019. Mal sehen, ob es dann verlängert wird. Ich gehe mal davon aus, wenn du ein Produkt hast, was eine Milliarde unter Verwaltung hast, dann kannst du auf jeden Fall ein Nachfolgeprodukt wieder auflegen oder verlängerst das Ganze einfach. Also, aber wir werden sehen. So, was macht dieser VXX? Dieser VXX kauft immer den ersten und zweiten sogenannten VIX-Future, VIX-Future, die Volatilitäts-Futures. Und da ja die Terminstrukturkurve dieser VIX-Futures immer in Contango sich darstellt, das heißt, die hinteren Kontrakte kosten immer mehr als die vorderen, entstehen hier permanent Rollverluste. Wenn wir also beispielsweise jetzt hier mal uns das aktuelle Bild anschauen, das ist jetzt hier ein, zwei Tage alt oder ein paar Tage alt, das ist eine aktuelle Terminstrukturkurve. Und da seht ihr hier ganz klar Contango, die ersten Futures, das ist also immer der Punkt in der Linie ganz vorn, die kosten also weniger als die hinteren, eine ganz klare Contango-Situation. Und wenn du dir vorstellst, du musst immer den ersten und den zweiten kaufen, dann immer mal den ersten wieder verkaufen, um den zweiten zu kaufen, entstehen halt Rollverluste. Gehen wir in die Vergangenheit und dann gehen wir mal ins Jahr 2015, wo wir ja einen sehr schönen Einbruch hatten in den Märkten. Schön, weil es eignet sich gut zur Darstellung. Dann seht ihr hier, dass das natürlich da ganz anders aussah. Da haben die vorderen Kontrakte viel, viel mehr gekostet als die hinteren Kontrakte. Und dann ist der VXX natürlich explodiert, weil auf der einen Seite natürlich die Volatilität angestiegen ist. Und zum anderen ist natürlich diese Kurve gedreht. Das heißt, aus Rollverlusten wurden plötzlich Rollgewinne. Und das kann wirklich hier extrem schnell und explosionsartig gehen. Wenn wir uns mal anschauen, was der VXX in der Vergangenheit gemacht hat, und auch hier habe ich euch mal noch einen Chart dazu mitgebracht, dann seht ihr, dass wenn der beispielsweise hier 100% angestiegen ist, dann bedeutete das eben, wenn ihr an der gekennzeichneten Stelle hier jetzt Short gegangen wärt mit 100 Stück, und das klingt ja nicht viel, da kostet nur 15, 16 Dollar, gehe ich mal mit 100 Stück Short, dann wärt ihr innerhalb ganz kurzer Zeit 1.600 Dollar im Minus gewesen. So, jetzt kann man sagen, naja, okay, 1.600 Dollar im Minus, das ist doch gar nicht so schlimm. Aber überlegt mal Folgendes. Guckt mal, wenn der jetzt wieder runtergekommen wäre, und wäre dann auf sein Tief gefallen, bevor er wieder resplittet wurde, was hättet ihr denn da verdient? Und dann hättet ihr mit genau diesen 100 Stück, mit denen ihr also zwischenzeitlich 1.600 Dollar im Minus wart, gerade mal ein bisschen was über 600 Dollar verdient. Und ist das ein gutes Geschäft, wenn man sagt, ich habe 600 Dollar verdient, war aber vorher schon mal 1.600 Dollar im Minus. Hm, fraglich. Also ich finde es nicht so ein tolles Geschäft. Und wer jetzt ein großes Konto sagt, naja, gut, das kann man ja durchstehen. Aber, und da will ich euch mal was zeigen, und zwar, das hier ist mal ein Chart. Und zwar ist das eine historische Rückrechnung des VXX. Wie gesagt, den gibt es ja erst seit 2009. Und da es die Futures ja aber schon viel, viel länger gibt, kann man die also, kann man den quasi rückrechnen. Kann sagen, wie wäre er denn gewesen? Was hätte denn dieser VXX, wie wäre der denn gewesen? Und da seht ihr hier, wenn ihr mal unten schaut, da stehen die Jahre. Und wenn ihr mal schaut auf das Jahr 2008, da ist der um 350% angestiegen. Also das vorherige Bild, das war nur 100% und in der Finanzkrise 2008 ist der oder wäre er um 350% angestiegen. Und wenn wir jetzt das gleiche Beispiel nochmal machen, also dass wir sagen, okay, was wäre denn, wenn wir hier am tiefsten Punkt, also am schlechtmöglichsten Zeitpunkt Short gegangen wären? Wir wissen ja schon, wenn er dann wieder runtergefallen ist, wir hätten am Ende 600$ verdient. Aber weil ja viele immer sagen, es ist doch vollkommen egal, wo du das Ding Short gehst, Gelddruckmaschine, du musst das einfach nur aussitzen. Schaut euch mal an, jetzt hier in diesem Chart, was hier im Minus gewesen wäre. Und da seht ihr, dass ihr dann über 5400$ pro 100 Stück im Minus gewesen wärt. Und je nachdem, was ihr für eine Kontogröße habt, ist das natürlich schon ein substanzieller Verlust. Jetzt so aus der Vergangenheit sagt man, naja, okay, wenn so etwas passiert wäre, ich hätte immer weiter aufgebaut. Aber stellt euch mal vor, ihr habt ein kleines Konto. Ihr habt ein 10.000er Konto, dann ist die Hälfte weg. Oder ihr habt ein 50.000er Konto, dann sind auch mal 10% weg. Und überlegt euch mal, wenn ihr, das ist ja im Nachhinein, weiß man immer, was draus geworden ist. Aber wenn ihr in so einer Situation seid und wir sagen jetzt, okay, ich gehe da Short und bin ich mal ein Tausender Minus. Verdammt, jetzt bin ich schon 2.000 Minus, jetzt bin ich schon 3.000 Minus, wie das auch an den Nerven zerrt. Und da reden wir hier von gerade mal 100 Stück. Ich kenne ganz viele Leute, das sehe ich ja manchmal in den Coachings oder wenn wir irgendwie Fragen geschickt bekommen oder wenn wir Screenshots geschickt bekommen, die haben Konten mit 50.000 Euro und haben dann 1.000 Kontrakte VXX Short oder 5, 6, 7 Calls auf den VXX geschrieben. Plus 7 Call-Optionen, wenn die euch zugeteilt werden, sind es auch 700 Stück. Und dann werden aus, wenn so ein Extremfall kommt, aus 5.000 Dollar Verlust mal 35.000 Dollar Verlust. Und weißt du, was du dann hast, wenn du ein 50.000er Konto vorher hattest? Dann bist du pleite. Dann kriegst du vielleicht einen Margin Call und dann bist du raus und musst im wirklich schlechtesten Moment glattstellen. Und deswegen, man sollte nicht unterschätzen, dass dieser VXX richtig angewandt wirklich eine Gelddruckmaschine ist. Aber wenn man ihn nicht versteht, vor allen Dingen, wenn man sorglos rangeht und sagt, naja, was soll da schon passieren, dann kann das wirklich ein Biest werden. Wir wollen hier mal gar nicht vom UVXY reden, also von dem Geleverageden. Wir halten also einen Hebel 2. Da ist es nämlich noch ein bisschen extremer, da ist nämlich schon, da braucht man dann schon wirklich ein größeres Konto, wenn man da mal hinten liegt, weil dann geht es ganz, ganz, ganz schnell, dass man da mal wirklich Zehntausende von Dollars verliert, wenn man da nicht aufpasst. Und deswegen, was ihr machen müsst, damit euch genau sowas hier nicht passiert, das klären wir dann im nächsten Teil, also der kommt dann nächste Woche und da sprechen wir mal drüber, was ihr unbedingt beachten müsst, wenn ihr den VXX handeln wollt. Ich bin nach wie vor der Meinung, der VXX ist das beste Produkt, was man handeln kann, wenn man Volatilität direkt verkaufen will. Aber es ist keine Gelddruckmaschine, weil Gelddruckmaschine, das klingt immer so, naja, ich werfe die an, Perpetuum mobile und dann kommt immer Geld raus. Definitiv nicht. Man muss schon seine Hausaufgaben machen, wenn man die macht, ist es gut, wenn man die nicht macht, dann wird es eine Geldvernichtungsmaschine. Also ich freue mich auf nächste Woche, ich hoffe, ihr seid dann wieder hier mit dabei. Bis dahin, euch alles Gute, viel Erfolg, schreibt mir eure Fragen, Anregungen, Kommentare wie immer unten rein und dann sehen wir uns. Also bis dahin, Servus, macht's gut, bye bye.